Willkommen in der Gemeindekirche von Knavik, einem atemberaubenden Meisterwerk moderner Architektur. Hoch oben an Norwegens malerischer Westküste. Entworfen von den visionären Architekten von Rajulf Ramstad Architekter, ist diese heilige Stätte ein wahres Zeugnis zeitgenössischen Designs. Ihre markante sternähnliche Form, inspiriert von der umgebenden Landschaft, fesselt das Auge. Vertikale Glaspaneele aus innovativem Pilkington Insulite Protect Dreifach Isolierglas verleihen dem warmen Holzinterieur einen Hauch von Modernität. Diese riesigen Fenster, ausgestattet mit Pilkington OptiTherm S3 für Energieeffizienz, halten das Innere selbst im härtesten Winter gemütlich. Sicherheit hat hier oberste Priorität. So fiel die Wahl bei den raumhohen Fenstern auf eine Kombination aus Pilkington OptiLarm klar und Pilkington OptiLarm Therm S3. Hier treffen Spiritualität und Innovation aufeinander. Tradition verschmilzt mit Technologie. Die Gemeindekirche in Knarwig, wo Architektur und Kunstfertigkeit nahtlos ineinander übergehen.